Hallo und willkommen zur dritten Folge von The Newstower, so heißt das Game. Wir sind schon wieder out of Paper, wir kaufen einfach mal gleich. Bisschen matt. Und kaufen mal dann den Stoff hier. Joa, dann schauen wir mal, was wir so nach Hause bringen. Das, dann noch mal Scheiße, nur die Sucht dafür. Kann veranstalter schnell noch verschneiden. Zwei Lawsuits, oh mein Gott. Okay, was bedeutet das? Also, wir können gar nichts dagegen machen. Oh, Mann. Baseball Bird, okay. Okay, jetzt go Render. Okay, nice. Okay, wir werden theoretisch das. Aber ich denke, das hier ist besser. Es dauert noch zehn Stunden, das schaffen wir. Oder auch nicht, weil das nicht runter geht, einfach. Oh, Mann. Okay. Okay. Hallo? Okay, jetzt. Ich zählt 22.000 Dinge. Das machen wir doch gerne. Ich habe das. Okay, wir brauchen irgendwas krass, Oh, nee, das schaffen wir nicht. Das lohnt sich nicht, dass wir da reingehen. Check mit Jordan lieber hier hin. Ja, 600 Euro zahle ich halt. Was soll ich machen? Ich kann... Ich konnte nichts gegen das Richtige. Jordan, komm bitte nach Hause. Vielleicht zum nächsten. Das soll ich jetzt übersehen. Okay. 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 Das ist eine Laufzeit. auf hier. Du bist fertig. Du bist fertig? Schaut euch das an. Wie fucking close. Wie fucking close. Können wir irgendwie ja... Äh... Habe ich grad irgendwo Platz, wo ich das hinstellen kann? Wann nicht, ne? Ne, das würde ich nicht. Kann ich hier nicht jetzt, äh... Das dazwischen setzen, doch. Dann haben wir jetzt eine zweite Seite, die wir benutzen können, ne? Und kommen auch auf die, äh... 22.000... Verkäufe. Okay, nice. Dann haben wir wenigstens jetzt auch zwei Seiten. Zack. Okay. Müssen wir ganz schnell was trinken. Sehr schön. Okay. Print at least one mayor. Passt. Versuchen wir. Oh, es ist hier doch gar kein... gar kein Licht drinnen noch. Es ist hier doch gar kein... gar kein Licht drinnen noch. Content is locked. Wann... Können wir die überhaupt kriegen? Ich mein, es ist grad 1930, also wir sind jetzt fast ein Jahr im Geschäft. Nice. Haben wir gleich zwei Sachen. Äh... Wann wir da gerne nicht hier mal hinschicken, ne? Weil es ist sogar mayor, das brauchen wir unbedingt. Und hier brauchen wir... Könnten wir sowieso nicht gleichzeitig machen, da musst du schon schnell durchhusteln. Und dann direkt weiter. Zack. Lass mich hier mal neu hinschicken. Und hier schicken wir mich hin. Können wir hier neu hinschicken. Wir sind out of foods. Das darf nicht passieren. Wir müssen, glaub ich, auch demnächst... das nächste Stockwerk... ähm... Äh... hoch schrauben. Zack, zack, zack. Ich wusste gar nicht, dass das, äh... auch hin zu Kisten kommt. Hat hab ich irgendwie nicht mitgekriegt. Und... Ja, Jordan brauchen wir eher hier. Zack und zack. Die beiden machen das hier. Da können wir leider nicht mehr durchhusteln. Tsch, 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 tsch... Da brauchen wir dann Noel. Nicht mich. Noel. Der muss das machen und... Äh, was muss ich machen? Die müssen den Briben, ne? Gott, okay. Wir haben leider jetzt schon... Äh, müssen leider jetzt schon die Press hit, ne? Dich kriegen wir noch fertig. Man bringt mir das Headquarter vorne... Ne, bringt mir nicht vorne mehr. Das bringt mir... Äh, so, das kriegen wir aber nicht mehr fertig. Ähm... Das bringt mir noch ein bisschen was. Wir haben zwar bloß 17.000 jetzt... in Verkaufszahlen... Dadurch werden es noch mehr. Ja, komm. Hit mal. Yes. Oh, nice Page Module 3 hier, nehmen wir mit. Okay. Auch wenn wir es jetzt noch nicht brauchen an sich. Ich hätte noch gerne World Map. Print no crime this week. Na, ich hab's aus dem angenommen. Gehen wir nach da hinten noch. So. Okay, wir brauchen jetzt mit Steers. Dann brauchen wir Licht. Na ja, eigentlich wär's schlauer, wenn ich erstmal alles reinsetze. Like... Ich hätte gerne... Äh... Boah, bin ich grad lost? Bin grad übel lost. Und jetzt brauchen wir eigentlich noch mal so einen Kollegen. Ist ja eigentlich alles eher Typer. Okay, wir haben zwei von denen eigentlich auch schon, ne? Ähm... Ich würde trotzdem hier nochmal einen Typeset da rein, ne? Und zwar... Susan Wallace. Dann machen wir denen da ne Tür hin. Dann machen wir denen da ne Tür hin. Dann machen wir denen da ne Tür hin. которые hier jetzt sehen. Also "' Die Tage zurückれst zu Quickーーack' Okay, wir haben die mächtig nach. Oder wir können hier nochmal einen Tyen hin. Dann machen wir die zue hin hin. Und natürlich ein Licht. Okay. Null ist gerade auf dem Heimweg. Ich mache das hier. Macht Jordan das? Dann macht Null das, ja. Damit sollte er erst schnell fertig sein. Jo. So, jetzt brauche ich hier mich. Nur ich bin gerade aus... gerade unterwegs. Puh. Hier bauen Manuel. Schaffe ich nicht. Ja, Bro. Äh, no. Okay. Okay. Okay, jetzt müssen wir warten, bis ein neues zuhause ist. Ist ja schon. Noelle ist gerade auf dem Weg nach Hause, das kann Jordan machen, das mach ich, sehr schön, hab ich gar nicht drauf gewartet, Jordan ist gerade noch unterwegs. Ah, drei! Oh man. Bro. 210? Oh mein Gott. Okay. 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 Okay, besser wird's nicht. Raus mit... 34.000. Oh nein, ich hab nicht drauf geachtet. Ich hab das komplett vergessen. Okay. Jetzt muss ich doch mal, wir brauchen ja auch Jordan. Nein, ich schieb wieder drei Lawsuits. Oh mein Gott, Junge, ich verliere so viel Geld durch Lawsuits. Das ist insane. Ja, der bringt mir halt nochmal drei, ist mir egal. Ich hätte gerne auch nochmal einen Reporter. Und zwar... Einen, der auch Humor kann, ne? Mabel Thompson. Das ist Lucas. Hab ich fast das S vergessen. Ich hab noch fast kein Papier mehr. Darum können wir uns nächste Woche. Okay, Lucas kann nämlich jetzt hier hin. Ja, der hat ja nochmal drei Lawsuits. Neun Lawsuits. Ja, der ist mittlerweile jetzt auch schon egal, also... Was ist das? Hä? Das ist die Lawsuits? Was ist die einfach draußen liegen? Fände ich okay. Okay. Was ist das? Was ist das? Wir wollen eigentlich nach da gehen. 60 Euro wollte der haben. Der letzte wollte es 210 haben, der Wichser. Vielleicht hol ich mir auch nochmal einen Reporter eigentlich. Dann können wir mal so ein bisschen die durch wechseln. Und das hier ist Slushy. Der ist auch einfach nur Slushy. Okay, wir bauen Papier. Ich weiß immer noch nicht, was die hier sind. Ich weiß nicht. Ja, 900 Euro, das ist okay. 1050 Euro, okay. Das wird teurer. Nochmal 1050? Okay, ja. Okay, der wird nicht mehr fertig. Der könnte noch fertig werden. Du wirst noch fertig. Das ändert gar nichts an meinen Verkaufszahlen. Das ist besser, wenn ich das da hoch mache. Jetzt noch kurz dicht warten. Dicht tauschen bringt hoch nichts. Okay. Jetzt bringen wir uns mehr und wir haben trotzdem alles. Ja, wir starten mal. Rein da. Okay, nice. Gut Geld gemacht. Jetzt können wir auch endlich zum... Oh, endlich. Oh, endlich. Okay. So, wir machen auch gleich mal ein neues Desk hier hoch. Und zwar unser Lawyer wird Walter Welles sein. Danke, Bro. Okay, da ist die Konzentration ein bisschen weg. Slushy kann mal das hier machen. Und ja, Noel muss das hier machen. Okay, was ich auch noch machen wollte, ist hier ein bisschen Deko noch hin. Und die Zersang. Ja, da ist das in Ordnung. Das ist aber noch nicht ein paar Mal. Ich gehe das. Da ist das nicht. Da ist noch nicht da. Und das ist jetzt nicht so. Da ist noch nicht ein bisschen... Da ist noch ein bisschen schwer. Da ist noch ein bisschen schwierig. Das ist noch nicht. Da ist noch nicht so. Und dass das ist noch nicht mehr. Da ist noch nicht so. Okay, schauen wir mal, was uns das Ganze bringt. Den Tag, oder die Woche machen wir jetzt noch. Den kann ich machen. Und hierfür brauchen wir nur L. Das ist natürlich scheiße. Okay, alles auf dem Weg nach Hause. Perfekt, dann können wir hier oben weiter. Das macht Jordan. Food Riots, okay, interessant. Gut, wir brauchen hier zweimal das. Da Slushy links machen. Ich mache rechts. Das schaffen wir. Und Lukas kann hier nur unten machen. Ja, let's go. Gut, da muss jetzt auch wieder Noel ran. Erstens so. Dann gehe ich hier hin. Nice, wir haben das Hot Topic. Können wir noch da hin. Da schicken wir Slushy. Hierhin schicken wir Lukas, damit er das lernt. Ein bisschen besser. Hierhin schicken wir mich. Da schicken wir Jordan hin, damit er vielleicht... Ja, die Woche kriegt er das nicht mehr hin. Aber dann kriegen wir das wenigstens bald hin. Okay. Gut, wir haben jetzt Seite 1. Wir haben auch allgemein das Zeichen hier nicht. Das gab eine News with Crime on Entertainment. Okay. Das wird uns hierhin nichts bringen an sich. Wir können trotzdem noch schauen, ob wir vielleicht noch ein bisschen mehr hinkriegen und vielleicht diese Unemployment Rate hier rauskriegen. Aber ich glaube nicht, weil das Ding hat 4. Nee, das macht Minus. Nö, dann lassen wir das Ganze so. Wir sind bei 28.500 Cells. Das ist okay. Print mal. Okay. Okay. Okay, wir bleiben hier nochmal. Sollt ihr print no economic this week? At least one censorship. Oh, nein, wir kommen nur mehr. Ich darf halt nicht vergessen, dass ich keine Economy machen darf jetzt. Natürlich ist genau das erste Economy und sogar ein großes. Okay. Okay. Oh Gott, Noel. Der Herr Noel ist am Boden. Und trotzdem muss er jetzt nochmal los. Irgendwie müssen wir ja unsere Brötchen verdienen. Ich habe gesagt, nach dem Tag ist Schluss, ne? Ach, der. Ja, wir drucken das eh nicht. Also, ich schicke mir nochmal Noel los. Und, ja, der ist auch economy. Das ist das. Slush hier. Okay, dann müssen wir ran, okay. Das ist schlecht. Nein. 1050. Oh, Mann. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht.